KINANETZ.de Ich bin hier in Lappland. Das liegt ganz im Norden von Schweden. Johanna hat mich gebeten, ihr beim Einfangen ihrer Rentiere zu helfen, was gar nicht so einfach ist. Aber die meisten haben wir schon. Oh, da ist er ja, Lumi. Unser letzter Ausreißer. Den schaffe ich auch alleine. Okay, dann passe ich so lange hier auf den Motorschletten auf. Hm, was ist eigentlich dieser Knopf hier? Ah, die Hupe. Und der hier? Ja, das ist wohl der Gashebel. Oh, wo ist denn hier die Bremse? Wo sind denn hier die Bremsen? Johanna! Hilfe, bitte! Brems! Brems! Aua! Mein Gott! Hey, Olli, sag mal, alles gut bei dir? Mit mir ist alles okay, aber wie sieht es mit dem Motorschletten aus? Oh, das sieht gar nicht gut aus, sage ich dir. Aber wie kann man denn auch Gas und Bremse verwechseln? Ach, das geht ganz einfach. Ich kann da... Tut mir auch wirklich leid. Ich wollte das gar nicht. Na gut, Hauptsache dir ist nichts passiert. Jetzt bringen wir erst mal Lumi zurück und dann kümmere ich mich um den Motorschletten. Okay. Der hat ja ein ganz schön imposantes Geweih, Johanna. Sag mal, kann das nicht gefährlich werden, wenn er mit so einem Geweih jemanden angreift? Doch, schon, das kann's. Aber der Lumi ist ein ganz netter. Und weißt du auch, dass die Rentiere die einzige Hirschart sind, bei der die Weibchen auch ein Geweih tragen? Echt? Bei uns Löwen ist das nicht so. Was? Ihr habt doch gar keine Geweih. Nee, aber ne Mähne. Und so ne tolle Mähne haben bei uns Löwen nur die Männchen. Ah ja. Und der Löwe mit der schönen Mähne, möchte der jetzt ein bisschen Wärme genießen? Oh, das fände der Löwe mit der tollen Mähne super toll. Ja? Dann lass uns nach dem anstrengenden Tag doch jetzt in die Sauna gehen. Was meinst du? Ich bin ganz deiner Meinung. Tut mir echt leid mit dem Motorschlitten, Johanna. Ach, schon gut, Olli. Das bekomme ich schon wieder hin. Trotzdem danke, dass du so schnell gekommen bist. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, die Tiere schnell einzufangen. Äh, wieso? Naja, zu dieser Jahreszeit haben die Wölfe besonders großen Hunger. Ah, verstehe. Du, war mir eine große Ehre, dir geholfen zu haben. Aber Lumi war ja auch echt schwer einzufangen. Oh ja, aber das ist kein Wunder, Olli. Den habe ich gerade erst geschenkt bekommen von einem alten Samen. Samen? Ja, die Samen, die leben hier in Lapland. Und die sind bekannt für die Rentierzucht. Wieso züchten Samenrentiere? Naja, die Rentiere sind besonders gut an die Lebensbedingungen hier im hohen Norden angepasst. Sie können sogar Temperaturen aushalten, bei denen andere Nutztiere sterben würden. Klar, bei der eises Kälte hier oben im Norden. Ja, mir reicht jetzt auch langsam. Mir ist warm genug. Ich gehe jetzt schon mal los und repariere den Motorschlägen. Oh du, da helfe ich dir! Oh, lass gut sein, lass gut sein, Olli. Du bist ein super Tierexperte. Aber das mit der Technik überlässt du besser mir. Na gut, dann mache ich mir jetzt hier noch ein bisschen gemütlich. Los, Olli, anziehen. Lumi ist schon wieder weg. Wir müssen ihn finden, bevor der Wolf es tut. Komm! Äh, okay, komm! Äh, du Johanna? Ja? Nur mal so eine Frage. Wie sollen wir denn jetzt ohne Motorschlitten in dem tiefen Schnee vorankommen? Na, zu Fuß, dachte ich. Äh, zu Fuß? Mit meinen kleinen Füßen? Ja, aber ich glaube, wir müssen deine Füße etwas vergrößern. Wie vergrößern? Die gefallen mir aber gerade so, wie sie sind. Ja, keine Sorge. Ich dachte da an die. Die benutzen wir in Lapland. Schneeschuhe. Ah, Lumi! 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 Weit und breit nichts zu sehen. Du, so ein Rentier ist mit seinem hellen Fell aber auch schlecht zu sehen im Schnee. Ja, das stimmt. Aber das dient der Tarnung. Im Sommer sind die viel dunkler. Apropos dunkel. Es wird langsam dunkel. Ich glaube, wir sollten uns aufteilen. Hey, super Idee. Wenn wir uns aufteilen und in verschiedene Richtungen gehen, dann haben wir eine viel größere Chance, Lumi zu finden. Ja, da hast du recht. So machen wir es. Du gehst in, ähm, die Richtung. Ich in die. Okay. Viel Glück, Olli. Dir auch. Lumi! 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 Nichts zu sehen. Lumi! 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 Fluss! Lumi! 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 Ich gebe dich auf. Ich werde Lumi... Da ist er. Aber was ist das für ein Zelt? Hey, du Ausreißer. Mensch, hast du uns ein Schrecken eingejagt. Aber was machst du hier an diesem Zelt? Im Zelt sitzt ein alter Mann. Er heißt Lars und bittet mich herein. Ja, komm hin. Der ist kalt. Du kannst hier sitzen wie Eltern mit mir. Oh ja, gerne. Ach, ist das schön gemütlich hier. Er ist der alte Same, aus dessen Herde Lumi stammt. Das Rentier, so Lars, hatte wohl Sehnsucht nach ihm. Da es heute zu spät sei, solle ich erst morgen Lumi zu Johanna zurückbringen. Dann erzählt mir der Same viele Geschichten über sein Volk, über Lappland und über die Rentiere. Doch von der anstrengenden Suche war ich so müde, dass ich direkt am Feuer einschlief. Das ist ja auch der Rentierschlitten. Cooles Teil. So schwer kann das ja nicht sein. Hey, Lumi, auf geht's zu Johanna. Los geht's, Lumi. Ich glaube, ich kann sogar im Stehen fahren. Aua. Nicht so schnell starten, Lumi. Scheint dich ja nicht zu beeindrucken, dass ich hier runtergestürzt bin. Ist doch nicht so einfach. Mit dem Rentierschlitten fahren. Was mache ich jetzt? Ja, du kommst vor Problem. Ach ja. Lars sagte, wenn ich Probleme mit dem Schlittenfahren habe, soll ich einfach die Ski nehmen und Lumi ziehen. Marken kann die Hände, was du umhältst. Hm. Keine schlechte Idee von Lars mit den Skiern. Ja dann, auf geht's, Lumi. Auf zu Johanna. Ja los, Lumi, weiter, weiter. Ja, wir müssen heute noch zu Johanna. Komm, du schaffst das. Hey, Lumi, was ist los? Los, weiter. Ah. Was sagte Lars? Lars meinte, wenn Lumi gar nicht weiter will, hat er möglicherweise Hunger. Dann soll ich ihm Rentierflechte geben. Hier, lass es dir schmecken. Ganz leckere Rentierflechte von Lars. So, jetzt ist aber gut. Wir müssen weiter. Wir müssen zu Johanna. Los, Lumi. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Was? Stoische Ruhe. Das gibt's doch wohl nicht jetzt. Ich häng fest. Sag mal, Lumi, wie wär's, wenn du mir ein bisschen helfen würdest? Scheinst du nix von zu halten. Ihr Rentiere gelten doch als so hilfsbereit. Ja, nimm dir mal ein Beispiel an deiner Verwandtschaft. Dem Rudolf mit der roten Nase. Der hilft dem Weihnachtsmann jetzt. Könntest du doch mir ein bisschen hier helfen. Nee, beeindruckt dich überhaupt nicht. Eigentlich sind wir beide doch ein Team, oder? Ich schaffe das und fahr auf deinem Schlitten hinten. Wir versuchen's nochmal, okay? Alles klar. Na los, Lumi, lauf! Hm. Moment, was hat Lars gesagt? Oh, klar. Er sagte, dass Rentiere keine Pferde sind. Wenn ich will, dass Lumi den Schlitten zieht, muss ich Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Wir sind das Team. Langsam, Lumi. Langsam. Nicht so ziehen. Nicht so ziehen. Alles zur Seite. Hier komme ich. Olli, der weltbeste Rentierschlittenfahrer. Mensch, Olli, da bist du ja wieder. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Umsonst. Hier hast du ein Lumi wieder. Mensch. Du stell dir vor, der war bei Lars, dem Samen. So weit? Mhm. So, du kleine Ausreißer. Jetzt aber Schluss mit Alleingang. Olli, Mensch, nach dem langen Tag. Hast du noch mal Lust auf Sauna? Und was für eine Lust. Ich komme. Ist ja irgendwie witzig, dass Lumi Lars besuchen wollte. Ähm, du, Johanna, du hast ihn doch jetzt fest angebunden, oder? Na klar. Lumi ist sicher festgemacht. Super. Sonst müsste ich nämlich noch mal raus ins Kalte, wo es doch hier drin gerade so gemütlich ist. Nein, hast du dum. Der ging zumbalen Tag. *** Untertitelung des ZDF, 2020